Im Planner Pirates boomt es gerade richtig und natürlich das Wichtigste zuerst, ich habe eine Gildenhalle. Was heißt das? Ich habe eine Gilde gründen können, wie ich schon angemündigt habe, die heißt Brennlichen Blaze, momentan ein Mitglied, ihr könnt also gerne beitreten, momentan noch keine Voraussetzungen, jeder ist herzlich willkommen, da könnt ihr also gerne beitreten und man sieht jetzt hier auch die Funktionen, die freigestellt werden, ich habe über die Gilde die Option hier gleich die Statistiken zu sehen, kann täglich an den Nachricht des Tages, seht das Verzeichnis, wer ist drin, kann hierüber eine Mitspieler, Haarhuhn, der Pirat, der bei uns erster ist, kann die Beförderung rauswerfen, man kann seine Festung besuchen, ihr seht hier Mitteilungen, die ich sehe, er ist beigetreten, man kann Boni mit der Zeit freischalten, was sehr sehr nice ist, kann andere Gilden suchen und habe hier die Option eben zu sagen, darf jeder rein, ab welchem Rang ist das und lauter solche Sachen. Außerdem, was habe ich noch gebaut, eine Akademie, die bringt richtig coole Möglichkeiten, ich habe gesagt, bei Clash of Clans ist es vergleichbar mit dem Labor, ihr könnt also eure Einheiten verbessern, hier aber meiner Meinung nach deutlich cooler. Warum, das zeige ich euch jetzt, also ihr seht, ich habe den Freibeuter und den Schützen schon auf Level 2, habe auch eine neue Einheit, den Schläger, den wir uns später anschauen, aber was ist denn jetzt cooler als auf Clash of Clans? Wenn ich draufgehe, habe ich hier mit der Zeit die Option, meine Einheiten individuell zu verbessern, wir sehen oben die Statistiken, Schaden, Zähigkeit, Reichweite, Geschwindigkeit, Anheuerzeit und Anheuerkosten, am Anfang habe ich hier das ausgebildet und als nächstes bekommt er 25 mehr Zähigkeit, das heißt einfach, er hält mehr aus, im nächsten gibt es dann die Schadenstufe um 2 und dann geht es los, dass ich selber aussuchen kann, wo ich ihn verbessern will. Möchte ich ihn zäh machen oder möchte ich lieber rivalisieren die Räuber? Erkundungsfertigkeit, verursacht erhöhten Schaden im Seekampf gegen feindliche Piraten, also da könnten wir dann später so ein Entweder-Oder machen, das ist auf alle Fälle sehr interessant und ich bin gespannt, wann das, wenn das dann möglich ist, wie sich das äußert. Das Ganze geht auch ähnlich hier beim Schützen, hier habe ich jetzt schon beim nächsten Upgrade die Option zu sagen, hey, möchte ich ihm Schaden geben oder möchte ich ihn zäh machen? Also da muss man sich dann wirklich mit der Zeit so richtig taktisch was überlegen, in welche Richtung man gehen will und auch hier bei unserem Schläger, der ist zwar noch deutlich teurer ist, hat man dann später, man sieht erstmal wird er richtig schön tanky, aber auch dann habe ich die Option, das individualisieren. Finde ich auf alle Fälle ist ein richtig cooler Zusatzding, was es bei Glacier Flans ja nicht gibt und was auch cool ist, ihr könnt mehrere gleichzeitig, also ich habe die beide gleichzeitig auf Stufe 2 gebracht, was ja im Labor bei Glacier Flans auch nicht geht. Also das ist auf alle Fälle in der Akademie schon mal eine richtig, richtig coole Sache. Sonst habe ich mal geschaut, dass ich alle Krogbrennereien auf 4 bzw. eine auf 5 gebracht habe, das gleiche auch bei Goldminen, alle auf 4 und eine auf 5 und ich habe auch wieder ein paar Dekos freigeschaltet und so, wenn wir mal jetzt in den Markt noch reinschauen, ich habe ja generell eine neue Krogbrennereien, ein neues Goldminen bekommen durch das Update meines Piratenverstecks, die habe ich eben schon gebaut. Bei den Gebäuden habe ich die Gildenhalle neu dazu bekommen, die wir eben gleich gebaut haben und die Akademie und jetzt haben wir noch zwei Gebäude ausstehen, zum einen ein Plumpsklo, wo ich ehrlich gesagt noch nicht so weiß, was es kann. Trefferpunkte steht 800 da und da steht, wenn man nicht möchte, dass die Piraten ins Meer scheißen, dass man da so ein Plumpsklo braucht, aber ob das irgendwelche Zusatzeffekte hat, das muss ich mal zeigen. Und sonst haben wir es auch neu in den Leuchtturm. Du willst sicher nicht, dass deine Galone schon wieder auf Grund läuft, oder? Also baue besser den Leuchtturm, um auch weit draußen auf dem Meer ein weisendes Licht zu haben und deine Mannschaft sicher nach Hause geleitet. Durch die Konstruktion kann ein Schiff ausgebaut werden, das heißt, das brauchen wir dann als nächstes. Was brauche ich dazu? Ich brauche hier Zeit, wie immer, und ich brauche Krog, 85.000, was ich aber auch sehr, sehr cool finde, was jetzt bei einigen Updates schon war, dass ihr entweder EP oder BP braucht, um das Ganze auszuführen. Also ihr seht das Ganze einmal hier links oben, eure Erfahrungspunkte und eure Kampfpunkte und die steigen eben, umso häufiger ihr angreift oder umso mehr ihr eben rumsegelt und das finde ich jetzt eigentlich eine ganz witzige Sache, wie man das Ganze zusätzlich, sag ich mal, interessanter gestaltet. Sonst vom Umbau her, ich baue hier gerade einen Mörser und dann werde ich in naher Zukunft auch mal die komplette Base umbauen. Ich habe bis hier meine ersten Mauerstücke bekommen, die konnte ich alle hinsetzen. Deswegen, der Sinn, wie nämlich hier gebaut wird, wir können uns ja gerne mal zum Beispiel von meinem Gildenmitglied, der glaube ich zwar gerade zerstört ist, aber das ist ja nicht so schlimm, können wir ihn mal abchecken. Auf lange Sicht sieht es so aus, das Schiff kommt in die Mitte, außenrum kommen die Verteidigungseinheiten und dann kann man da auch die Mauern rummachen. Warum kommt das Schiff in die Mitte? Eigentlich ganz leicht, macht es da vom Optischen gar keinen Sinn mehr, weil es ja dann nicht mehr auslaufen kann. Aber ihr seht hier anhand der roten Bereiche, in welche Richtung das Schiff schießen kann. Das heißt, es ist im Prinzip eine zusätzliche kostenlose Verteidigungseinheit und wenn wir es zum Beispiel mal das hier so probieren auszuweiten, so funktioniert das, dann können wir mal diese Gebäude hier alle rausziehen und können dann gleich mal probieren, ob wir unser Schiff da innen reinbekommen. Wir müssen dementsprechend natürlich etwas Platz schaffen, aber das denke ich sollte kein Problem sein, wenn wir die Kanone da mal noch hinpacken, weiß ich nicht, ob das schon ausreicht. Noch passt nicht rein, ein bisschen Platz brauchen wir noch, ihr seht das Schiff ist doch eine ganz große Einheit, jetzt packen wir es einfach mal hier. Die Mauern ist es nicht perfekt, aber es geht es einfach mal darum, das Ganze kurz auszuprobieren. Und jetzt schauen wir mal, ob das Schiff jetzt genug Platz hat. Ne, immer noch nicht. Die Kanone hier noch ein Stück und dann soll es glaube ich passen. Nein, das hier noch weg. Die Konstrukteurshütte, aber jetzt sollten wir es reinbekommen. Da haben wir es, genau. Und jetzt haben wir das Schiff hier mittig, können da dementsprechend dann auch das Ganze wieder etwas ranrücken, dass da nicht ganz so viel Platz verschenkt wird. Ihr seht es immer, so lange, bis es nicht rot wird, kann hier näher herangerückt werden und dementsprechend auch wieder angebaut werden. Und da ist dann eben auf lange Sicht der Sinn, hier dann die Verteilungseinheiten rumzumachen. Und wenn ihr die dann habt, dann da die erste Mauer rumzumachen, da muss ich eben selber einfach mal noch ein bisschen rumprobieren. Aber wenn ich dann mal umgebaut habe, ich denke, das wäre jetzt für ein Video ein bisschen zu lang. Aber so ist das Grundprinzip, also da werde ich mich nachher mal an den Umbau machen. Was machen wir jetzt noch? Wir gehen auf in die Schlacht und probieren die neue Einheit aus. Bin ich selber gespannt, wie die sich schlagen wird. Hier die Karte. Ich habe noch ein Sehmonsterbesieg gehabt. Aber wir schauen jetzt mal, welche Schlacht gerade noch interessant wäre. Die war, glaube ich, ein bisschen schwer. Die hier auch. Jetzt schauen wir mal, ob das so eine mehrteilige ist. Da sollten wir uns eigentlich ganz gut schlagen können. Der Schläger ist ein Tank, ist wie ein Riese, geht auf die Verteilungseinheiten, ist langsam, aber hält viel aus. Jetzt lasst mal schauen. Wir haben hier in der Mitte zwei Kanonen und hier zwei Türme. Das heißt, wir gehen jetzt gleich mal auf Angriff und nehmen erst mal einen hier hin und den anderen hier hin. Und dahinter machen wir dann die restlichen Einheiten. Einmal alle hier und die anderen alle hier. Und dann sehen wir hier, der tankt gleich richtig und hält richtig viel aus an beiden Seiten. Und jetzt sollte er dann dementsprechend, sobald sie zerstört sind, auch hier oben gleich auf die Kanone weitergehen. Gehen jetzt beide in dem Fall auf die gleiche Kanone. Die anderen bleiben jetzt gerade mal außen. Okay, sie machen auch nicht besonders viel Schaden. Das heißt, es könnte dann am Ende sogar doch noch ganz knapp werden. Je nachdem, wie viel wir da holen. Die eine Kanone, denke ich, schalten sie es zusammen aus. Wobei der eine hier gleich, ja, den Geist aufgibt. Und er greift das hier alleine in die Kanone weiter an. Und die haben ganz schön zu kämpfen mit diesem Kroglager. Und die sind auch am Kroglager. Und da sind sie auch am Kroglager. Und es geht ein auf eine Kanone, wird dann aber recht schnell ausgeschaltet. Also hier unser Schläger bekommt leider keinen Support. Hat es aber die erste Kanone gleich selber ausgeschaltet. Bevor es dann von der nächsten wieder fokussiert wird. Und die anderen Räume weiter draußen ab. Das heißt, das wird, denke ich mal, ja doch, jetzt kommen sie hier zur Unterstützung dazu. Und gehen auf die Kanone, die sich jetzt wieder zu ihnen wendet. Ja, das könnte knapp werden. Aber ich denke, die bekommen sie ausgeschalten. Jetzt haben wir hier eine Mine, die gerade ausgelöst wurde. Gibt es hier auch. Und jetzt darf aufgeräumt werden. Jetzt müssen wir hoffen, dass sie noch genug Power haben, um in der verbleibenden Zeit die vollen 100% zu holen. Aber ich denke, das sollten wir schaffen. Wobei hier die Mine hat jetzt nur ein bisschen Schaden gemacht. Das war jetzt nicht so tragisch. Jetzt ist das ausgeschaltet. Jetzt haben wir noch eine Krog-Produktionsstätte und noch das Piratenversteck. Aber sobald sie hier fertig sind, sollten die gleich in die Mitte kommen. Und was ich richtig cool finde, was mir mittlerweile auch in Clash of Clans schon ein bisschen fehlt. Oh, ich sehe gerade, wir hatten hier eine Zusatzfunktion, die ich jetzt aktiviert habe. Sehr, sehr nice. Die habe ich irgendwie freigeschaltet. Jetzt sind sie schneller und machen mir Schaden kurzzeitig. Also da bin ich... Ne, um das zu beenden, was ich cool finde, ist das mit dem Drehen. Ich habe das jetzt schon mehrmals bei Clash of Clans beim Angreifen probiert, aber hat leider nicht funktioniert. Aber das müssen wir da gleich nochmal reinschauen. Was genau das war. Perfekt. Und jetzt haben wir auch hier die totale Zerstörung. Und mit drei Stellen abgeschlossen. Und jetzt können wir gleich nochmal zurück und einmal unsere Truppen ausbilden. Und dann schauen wir gleich mal nach, wie sich diese Funktion hier nennt oder was genau das ist. Also ich nehme mal wieder zwei Schläger mit. Dann nehmen wir mal wieder fünf von denen. Und sieben von denen. So, und jetzt lasst mal schauen, ob man das hier vielleicht nachlesen kann. Oder ob einem das hier erklärt wird. Da haben wir das. Das nämlich. Berserker. Die kam... Die war die erste Spezialfertigkeit. Schaut zu, wie das Chaos ausbricht und Arme und Beine herumfliegen. Haltet aber besser etwas Abstand. Also wird es nicht genauer beschrieben, aber ja. Man wird einfach zum Berserker und da gibt es noch mehr so Special-Fähigkeiten. Da bin ich auf alle Fälle gespannt. Also das finde ich auch ist eine richtig coole Zusatzoption. Und ich bin wirklich immer noch sehr, sehr angetan von Blunder Pirates. Kann es euch nur empfehlen, einfach mal runterzuladen. Ist ja kostenlos, die App. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer gerne ein Abo oder ein Gefällt mir da lassen. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Facebook folgen. Brenne ich im Blaze. Macht's gut. Bis dann.